dann schauen wir doch mal dann müssen wir wieder zu diesem komischen nebel so habe ich das verstanden ich möchte mit ein bisschen schnell reise machen sowas und nicht nicht hmm hm hm seltsam soll ich jedes Mal überall zu Fuß hinlaufen? Boom Schwert Hallo, Renntil? Gublingebiet? Hä? Wo war denn dieser? Fotos, Wassertammelt, Krönigreich, Pandora Okay, ja super Ich lauf mal einfach hier so durch Auf jeden Fall muss ich ja irgendwo mal hinkommen Wo war denn dieser Nebel? Aber guck mal hier Ja, das hatten wir doch alle schon Warte mal Ich geh nochmal grad hier in die Burg Guck, die mir nochmal in die Burg Ja, echt jetzt Das war such a peaceful country until What a nightmare Oh, my head I will retire to my Oh, nein, oh, mein Gott Ja. Wenn die Empfehlung versuchen wir jetzt zu schützen, würden wir helfen. Mein Lieber, bitte calm dich. Oh nein. Wenn die Empfehlung ... Das ist die ... Ich habe nie gesehen, dass der König mit diesem Problem ist. Hmm. Das war so ein friedlich Land. Schön, dass der jetzt sich da zurückgezogen hat. Was auch immer, wie wir das bringen sollen. Gar nichts. Ist ja eigentlich kein Trick. Ring, 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 nee. Verstehe ich nicht. Ich muss auch jedes Mal hier komplett durchlaufen. Muss. Ups. Mal schauen. Hat der uns was gutes zum Angebot? Äh. Ne. Okay, die sind immer noch irgendwie alle verzaubert. Oder so. Keine Ahnung. Sur配beere. Mal schauen." Mal schauen." Mal schauen, was weiß ich? dick knapp ... Sinn guck ... die frage ist ja über die map hinten aus kann ich nicht mal irgendwas gucken ich soll zum geyser nebel oder dinge heißt die frage ist wie komme ich denn dahin schnellstmöglich das ist ja die frage hier die zufrieden von oben doch hier bin ich doch richtig hier und da dann einmal rum und dann muss ich schon da sein so ungefähr was die höhle hast du schmutz erstmal hier hoch so auf jeden fall sind wir ziele hier mit den hüllen er macht meine waffen stärker so korrektes das war's ja aber wo soll ich denn jetzt hin wenn ich hier etwas gemacht habe falsch das müsste doch das sein so stimmt das war ja jetzt aber ich komme an den strand das ist mir jetzt echt ein rätsel wieder mal so das nächste gruppe ist dem rad erneut ein neuer was erneut der tempel in den tiefen hinter dem zwergendorf aber ich bin doch in den tiefen und jetzt hier ein bisschen so schön an der reingang nehmen da muss ich mit jemand sprechen hier ist doch keiner ist nur der nachtsmensch rüstungsmeister also kohle habe ich ja genug vielleicht gibt es noch ein bisschen coole rüstung so das hier so Schauen wir doch mal. So, gucken wir noch mal, ob wir noch ein Upgrade haben. Das ist ja. So. Zack. Okay. So. 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 Ich würde da einfach mal immer tiefer runter mal sehen. Oh, hier ist nix. Ah ja, super, einmal im Kreis gelaufen, sehr schick. Ne, also schränk mir querbeet nichts und wieder nichts rum. Und hier kann ich einfach nix machen bei dem Ding. Ne, ich komme da einfach nicht rüber. Und hier. Okay. 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 Oh, okay. Nicht so wissen. Ich schiebe tp der Gegner. Säufe wegen. Säufe wegen. Okay. Ups. Ach so. Ups. Ich bin schon direkt. Aha. So und wenn ich jetzt hier. Seid ihr. Ähm. Genesung 1 MP. Heilwasser. DLTP wieder her. Okay machen wir das dahin. Waffener halten Kraft des Wassers. Waffener? 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 dann werden die jetzt mal zum schnee mann beim waffen wechseln ist eigentlich nicht so Das Eis Ding ist auch nicht so der Hit. Kann ich das zwitschen? So, warte mal an. Hm. Ist das Eis am Sohn? Hm. So. Ach so, das ist ja schon eins von ihr und eins von der anderen, ne? Dann haben wir lieber mal hier noch was dazu. So. Stil-TP der Gegner und Wolle-Regner. Senkt die Verteidigung. So. Ähm. Eieieieiei. Das geht immer noch ein bisschen. So. Check. Muss das auch? Ist das Eis? Ne. Ich krieg mir jetzt dieses Eis Ding von meinen Waffen wieder ab. Das kann doch nicht ewig halten, oder? Ja. Das kann doch nicht ewig halten, oder? Was ist das? Ich kriege auch auf den Haufen. Wie? Das kann doch nicht. Das kann doch nicht aus dem Haufen. Ich brauche das. Ich brauche das. So das haben wir jetzt alles aktiviert und jetzt ist der Weg frei, sieht an. Alter, was ist denn mit dem Ding? So, ich denke, bevor wir hier weiter machen, machen wir erstmal eine Break, ne?